Ich glaube, oh, warte mal, der Medaillon-Type ist hier. Guck mal, der ist hier vorne. Vielleicht können wir uns den holen, dann hätten wir unser erstes Medaillon. Das wäre natürlich sehr, sehr stark. Okay, der hat, ja, er hat es. Oh mein Gott, das erste Medaillon. Wir haben das Medaillon von Zeus. Okay, wir probieren direkt aus, was das kann. Und was ist das hier? Und die mythische AK. Ah, nee, das ist die, ah, nee, nee, nee. Ich dachte, das wäre die mythische AR, nicht AK, sorry. Habe ich mir versprochen, aber es ist sogar die DMR. Nee, da bleiben wir lieber bei unserer, ähm, da bleiben wir sogar lieber bei unserer AR. Und wir gucken jetzt auch gleich mal, was das Medaillon hier kann. Ich glaube, die sind schneller, oder? Hat sich zumindest angefühlt, als ob wir schneller sind. Wir gucken mal gleich die Fähigkeiten von dem Medaillon an. Wie ist schneller? Ich fühle mich so schnell. Warte mal, was kann Zeus-Medaillon? Aspekt der Geschwindigkeit. Wir sehen es hier. Guck mal, immer wenn wir sprinten. Und guck mal, ich kann auch höher springen. Wow! Guck mal, guck mal, guck mal, wie schnell. Oh mein Gott. Jetzt fühle ich mich wie ein wahrer Werwolf, wenn ich so schnell laufe.